Herr Gleisen, ich bin gerne froh, sind Sie schon mit dem Tram gefahren? Sie sind also nicht mit dem Tram gefahren. Ich habe doch wirklich keine Notwendigkeit. Ich denke nicht, dass ich das prinzipiell nie wähle, dass ich mit dem Tram fahre. Sichere Grenzen, das muss ich ein Deklinieren. Das ist, dass man sich direkt die Grenze überschreitet in Kriminalität. Das ist ein großes Problem heute zu Lützebüch. Wir haben auch den Kontakt mit dem Gesicht gesehen. Wir haben in die selbe Sache mit einem Referent, der uns 2015 in die selbe Sache vertreten. Ein Platz auszuprobieren, zu zersplitzen, wie in der Deutschen so. Wir schaffen zu summen. Eine Schmengel, das klappt von der Beine.